So, ich möchte dir heute zeigen, wie du dieses kleine, aber feine Haus für deinen Start in Minecraft bauen kannst. Alles drin, was du brauchst. Super klein und kompakt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. So, für den Anfang unseres Hauses nehme ich hier Birkenholz und Eichenstämme. Du kannst natürlich wie immer die Blöcke nehmen, die du möchtest. Aber wir fangen jetzt mal mit den Birkenholzbrettern an. Machen einfach 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 mal 5 Kästchen und legen das komplett mit Birkenholzbrettern aus, sodass wir die Grundfläche unseres Hauses haben. Jetzt nehmen wir einfach die Eichenstämme und machen hier immer nicht so, sondern so, diagonal. 1, 2, 3, 4 hoch. Immer so einen Stamm an jede Ecke. 4, 4, 4, 4. So, das ist jetzt schon fast, aber nur fast die Grundfläche unseres Hauses. Jetzt wollen wir hier vorne den Eingang hin machen. Da machen wir jetzt mal in die Mitte hier so, 3 Eichenholztreppen. Das soll die Türe werden. Jetzt gehen wir hin, nehmen hier Birkenholzbretter, machen das so rundherum zu. Einmal, also hier 3, dort 3. Na, lass mal. Und machen das hier oben zu. Das hier bleibt jetzt offen. Hier kommt jetzt unsere Türe hin. Da habe ich mir mal ein bisschen was anderes ausgedacht, als einfach eine Türe hinzumachen. Das heißt, wir machen jetzt hier so 3 Falltüren hin und hier 3 Falltüren hin. Das ist im eigentlichen Sinne keine Türe, aber wenn wir die nach oben und unten aufklappen, kommen wir nicht rein. Dann, crouchen wir, kommen wir raus und auch rein. Also, ist durchaus praktikabel und ich finde es mal was anderes. Jetzt ist es eigentlich relativ einfach. Hier müssen wir jetzt nur wieder unsere Wände komplett dicht machen hier damit. Einmal. So, hier auch. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Da noch. Jawohl. So, da auch. Als nächstes gehen wir hin, machen jetzt hier so in der Mitte. Da, von hier aus, von der Türe 1, 2 weg. Hier genau in der Mitte und dann hier auch so, dass wir praktisch ein Kreuzlöcher haben. Da kommen jetzt ganz normal Glasscheiben rein als Fenster. Und jetzt brauchen wir noch Stufen und zwar sagen wir hier auch mal aus Birkenholz einfach, wir haben die Treppen zweimal, warum auch immer. Und machen damit unser Dach hier hin, beziehungsweise unsere obere Etage. So, dann ist hier unten schon fast alles fertig. Den hier hauen wir weg, denn da kommen gleich unsere Leiter hin. Wir können eigentlich die Leiterstufen schon mal hin machen. Das brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. So, hauen hier schon mal die Leiter hin. Das heißt, hier soll gleich die Leiter hinkommen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal ums Dach kümmern. Da machen wir folgendes und zwar brauchen wir erstmal Ziegeltreppen bei mir. Du nimmst wie immer die Blöcke, die du möchtest. Wir nehmen hier den obersten, setzen den so rum da ran. Hier oben drauf auch. Andere Seite dasselbe. So ransetzen, oben drauf. Jetzt nehmen wir Ziegelstufen und dann so und so. Machen immer den unteren weg. So, dass wir hier die Kante haben und das nicht so glatt steht. Wir wollen so die Stufe haben. Andere Seite genau dasselbe. Den unteren weg. Jetzt muss ich nur gucken. Ich hoffe, ich kriege das wieder richtig hin, ohne alles zehnmal kaputt zu hauen. So, das heißt, wir sehen schon Stufe. Das heißt, der obere müsste weg. Jetzt haben wir hier nämlich wieder das Problem. Weg damit. Hier dasselbe. Weg damit. So, so und dann hast du da wieder das Problem. Jedes kriegt das nie hin. Irgendwie so rum. So, hier dasselbe. Der müsste weg. So steht das. So, dass wir so unseren Rahmen für unser Dach haben. Wie gesagt, du kannst es wieder aus den Blöcken machen, die du möchtest. Ich habe hier Steinziegel genommen. Und jetzt ist das eigentlich ganz easy. Jetzt ziehen wir das hier erstmal so komplett durch bis hier hinten hin. Ich glaube, ich habe es schon eins zu weit gezogen. Ja, müsste sein. Eins über den Rand. Nicht so platt hier oben stehen lassen. Ja, das heißt, hier muss auch überall noch so eins dran. Eins, keine zwei. Hier müssten die auch noch dran. Da müssen wir noch aufpassen, dass wir die richtig setzen. So. Bam, bam. Können wir das eigentlich direkt hier durchziehen. Das sind nämlich die, die ätzender sind als die anderen. So, so, so. So. Und nochmal eins drüber. Hier auch noch hin. So. Ups. Hier noch hin, da noch hin, dort noch hin. Da haben wir das schon durchgezogen. Andere Seite. Ui. Dran, dran. Dran, dran. Dran, dran. Das wollen wir nicht. Deswegen so. Hier und hier. Hier und hier. Und noch einmal drüber, bitte. So. Der kann wieder weg. Jetzt brauchen wir nochmal die Stufen. Ziehen weiter durch. Mal einzeln. So. Oder jetzt hingebaut. Hat doch was gebaut. Ich habe es doch genau gehört. So. Hier die Seite auch noch durchziehen. Noch weg. Meine Güte, ey. So. Und so. So, dass das Dach fertig ist. Ich finde das in Ordnung, weil wenn wir das nur mit den Stufen gemacht hätten, dann wäre das für meine Verhältnisse. Oder ich finde, das wäre dann einfach zu hoch geworden. Jetzt brauchen wir nochmal folgendes. Und zwar nochmal die ganzen Blöcke. Jetzt gehen wir hier einfach hin und machen alles so komplett nochmal zu. Hier geht das. Hier leider nicht. Da zeige ich dir jetzt gleich, wie wir das machen. Da brauchen wir nochmal die ganzen Ziegelblöcke für. Gehen hier hin und machen das auch so zu. In der Mitte den. Und jetzt können wir hier natürlich nicht hinbauen. Wir können leider auch keine Holzstufe hinmachen, weil hier schon die Steinziegel-Slap ist. Deswegen machen wir die nochmal weg. Und machen den ganzen Block rein. So, dass das zu ist. Das kann man auch so lassen. Das sieht jetzt nicht so schlimm aus. Finde ich. Wenn du eine andere Idee hast, wie man das lösen könnte, hau sie in die Kommentare. Ich freue mich immer über Feedback. Jetzt können wir schon gucken, wo haben wir den hier weggemacht. Wir machen den hier nochmal weg. Auf der Seite. So, dass wir sehen, wo der ist. Demnächst können wir hier hingehen. Machen eins, zwei. Wie viel haben wir da hochgemacht? Noch einen, oder? So hoch. Genau. Und dann brauchen wir den Bruchstein. Die Bruchstein-Steinmauer. So rum. Und wir brauchen noch eine Stufe. Sagen wir mal einfach eine glatte Steinstufe nehmen. Ja. So, dann machen wir hier nämlich drauf. Guck, wir haben was da gemacht. So. Dann einmal daneben. Und noch einen hoch. Und setzen da so eine Steinstufe drauf. Hallo. So. So. Das ist aus wie so ein kleiner Kamin. Damit ist dann schon das Dach und das Haus fast fertig. Jetzt ist es hier drin natürlich noch ein bisschen dunkel. Das heißt, wir machen hier in der Mitte mal den weg. Machen den auch weg. Da kommt natürlich wieder hier hin. Jetzt machen wir eine Seelaterne. Einfach damit wir hier was Licht haben. So. Wenn du magst, kannst du da Teppich drüber tun. Ich tue jetzt keinen drauf. Dann brauchen wir noch einen Ofen. Alle Geräte packen wir hier jetzt nicht rein. Wir machen einen Ofen, eine Werkbank. So. Dann könnte man hier noch die beiden weg machen. Dann müssen wir natürlich auch den Boden wieder aus Rückenholz machen. Dann könnten wir den weg machen und den weg machen. So, dass wir hier überall noch Truhen rein machen. Die brauchen wir gleich auch noch. Mal über oben auch noch ein paar Truhen hinstellen. Dann machen wir hier nur so Truhen hin. In den Boden. Kannst du mal. Jetzt könnten wir noch einen Amboss zum Beispiel hier reinhauen. Einfach. Naja. Setzt mal hier so einen Amboss hin. Dann könnten wir Treppe. Nehmen wir mal die Eichenholztreppe. So. Hauen die hier dran. Ich mach mal gerade zu. Ja. Du merkst schon, es wird ganz schön eng hier drin. Aber irgendwie mag ich diese kleinen engen Häuser im Moment sehr gerne, muss ich sagen. So. Da könnte man noch einen Braustand hier so drauf machen, dass wir das haben. Jetzt müssen wir nochmal raus. Denn wir sind ja draußen noch nicht fertig. Wie du siehst. Jetzt nehmen wir die Treppe und gehen hier auf die Höhe, wo unsere Pfosten enden. Und machen hier so einmal rundherum. Auch wenn es hier eigentlich nicht nötig sein sollte. Trotzdem, damit es überall gleich aussieht, machen wir das hier auch hin. Dass wir da so eine Brüstung für oben haben. Mit den Treppen verkehrt herum. Finde ich, sieht auch ganz schick aus. Jetzt können wir uns folgendes nehmen. Und zwar nehmen wir uns jetzt nochmal die Glasscheibe. Und machen dann hier in der Mitte den weg. Da kommt ein Fenster rein. Da oben kommt ein Fenster rein. Also hier auf der Seite auch nochmal. Und jetzt brauchen wir nochmal Gras. Können wir hier ein, zwei, drei Blöcke vormachen. Schön Pfeiltüren drumherum, dass es aussieht wie so ein Blumenkasten. Und das vor jedem Fenster hier unten. Dass wir da ein bisschen was fürs Auge machen. So. Alles drumherum mit den Pfeiltüren. Dass es aussieht wie so ein Blumenkasten, wie gesagt. So. Und da auch. Hier vorne machen wir das nicht. Hier könnten wir jetzt einfach hingehen mit einer Schaufel zum Beispiel. Und sagen, so wir machen uns hier so einen ausgelatschten Weg hin. Der dann hier so lang geht irgendwie. Könnte aber dann vielleicht noch ein bisschen mit Bruchstein arbeiten. Und hier und da noch so ein bisschen Bruchstein dran machen. Dass es was schöner aussieht. Da bitte nicht. So. Dass es aussieht wie Bruchstein. Und dann sind wir von außen fast fertig. Was noch fehlt, sind zwei Laternen. Die hängen wir jeweils hier. Und hinten vors Haus. So. Wer es mag, kann mal gucken, ob es hier geht. Guck, geht hier auch. Könnte man hier auch noch hinhängen so. Wir hängen sie jetzt mal hin. Eigentlich finde ich das dann schon ein bisschen übertrieben. Das sind schon ein bisschen viele Laternen, ne. So drei Stück. Okay. Gehen wir mal rein. Es wird dunkel. Zu. Hier unten sind wir jetzt fertig. Jetzt gehen wir hoch. Jetzt merkst du aber, wenn wir hochgehen. So, hier kommst du nicht raus. Hier musst du auch wieder crouchen. Du siehst, alles super, super eng. Heißt. Wir nehmen uns jetzt mal da unten die Truhe. Machen hier noch Truhen hin. Und jetzt fehlt noch ein Bett. Wir brauchen noch ein Bett zum Schlafen. Deswegen hauen wir das Bett mal hier hin. Können hier noch ein bisschen Teppich machen. Gucken wir mal. Nehmen wir einen gelben Teppich. Gucken, wie das aussieht. So, hier alles voll Teppich machen. Ja, lass mich mal. Jetzt ist die Frage. Kommen wir mit dem Teppich noch hier durch? Oder zählt ja auch. Ah, okay. Das geht nicht. Also, du musst den einen Teppich hier weglassen. Dann können wir es eigentlich auch so lassen. Sieht besser aus dann. Aber nur links und rechts Teppich. Okay. So. Und das ist das ganze Haus. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren. Glocke aktivieren. So, dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer. Ciao mit V. Bis zur nächsten. Aufnahme. Euer Eder.